Was steckt hinter Rudolf Steiners Waldorfpädagogik? Wie ist sie entstanden? Was sind die Grundgedanken und Ideen hinter der Pädagogik? Wie wird das Kind in der Waldorfpädagogik gesehen und welche Aufgaben hat die pädagogische Fachkraft? Dies und vieles mehr erfährst du im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Waldorfpädagogik nach Rudolf Steiner. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und den Erzieherkanal zu unterstützen. Die Inhalte aus den Videos gibt es jetzt auch zum Nachlesen auf der Homepage www.erzieherkanal.de. Und jetzt viel Spaß beim Video. Entstehung und Vorabinfos Das Kind in Ehrfurcht empfangen, in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Das ist ein Zitat von Rudolf Steiner, dem Begründer der Waldorfpädagogik. Die Waldorfpädagogik wird zur Reformpädagogik gezählt. Die Reformpädagogik umfasst pädagogische Ansätze, welche bestehende klassische Bildungs- und Pädagogiksysteme umstrukturieren und neu denken. Der Name Waldorfpädagogik hat nichts mit dem Wald an sich zu tun. Der Name stammt von dem Unternehmer Emil Mold, welcher Rudolf Steiner damit beauftragte, eine Schule für die Kinder der Arbeiter seiner Fabrik, der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, zu gründen. Rudolf Steiner konzipierte und gründete 1919 die erste Waldorfschule in Stuttgart. Es gibt verschiedene Einrichtungen, welche den pädagogischen Ansatz nach Rudolf Steiner verfolgen. Am bekanntesten sind die Waldorfschulen und Waldorfkindergärten. Insgesamt gibt es in Deutschland knapp 580 Waldorfkindergärten und 230 Waldorfschulen. Die Grundidee hinter der Waldorfpädagogik ist es, eine soziale Gerechtigkeit im Bildungswesen zu ermöglichen. Das Recht auf Bildung sollen alle Personen haben, unabhängig von sozialer Herkunft, ihrer Begabung und der individuellen Berufswünsche. Das Bild vom Kind in der Waldorfpädagogik Das Kind wird als noch nicht erwachsen angesehen. Das Kind muss sich also weiterentwickeln, damit es seine Funktion im Sinne der Gesellschaft abrufen und einbringen kann. Dem generellen Menschenbild und dem Bild vom Kind liegt die anthroposophische Annahme zugrunde, dass der Mensch aus drei Teilen besteht, dem Leib, der Seele und dem Geist. Der Mensch ist für sein Leben, sein eigenes Schicksal und damit auch für die Gestaltung dessen selbst verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass das Kind die Welt kennenlernen und begreifen will. Ziel dabei ist es, dass das Kind seine Lebenswelt versteht, sie als sinnhaft erlebt und in ihr handeln kann. Dieses Bedürfnis nennt man auch das Bedürfnis nach Kohärenz, beziehungsweise das Ziel der Waldorfpädagogik ist es, ein Kohärenzgefühl zu schaffen. Die Entwicklung des Kindes wird in drei Altersbereiche aufgeteilt, die sogenannten Jahr siebte. Das erste Jahr siebt umfasst die Zeit von 0 bis 7. Die Hauptaufgabe in diesem Jahr siebt liegt in der körperlichen Ausbildung des Menschen. In keinem Altersabschnitt kommt es zu so einem großen körperlichen Wachstum wie in diesen ersten sieben Jahren. Nicht nur der physische Körper wächst. Vor allem die Umwelt und Umgebung des Kindes wirkt sich auf die Entwicklung aus. Das Kind ist sehr stark mit der Umwelt verbunden. Das Erleben und das Spiel ist in dieser Phase besonders fantasiegebunden. Das Kind formt und entwickelt sich durch die Nachahmung seiner Mitmenschen und vor allem durch die Vorbilder. Das zweite Jahr siebt umfasst die Zeit von 07 bis 014. Die Komponente der Fantasie im Erleben und Spiel nimmt in dieser Phase etwas ab, ist aber dennoch vorhanden. Der physische Wachstum geht weiter, nimmt aber vergleichsweise zum ersten Altersbereich deutlich ab. Die Umwelt und Außenwelt spielt weiterhin eine große Rolle. Wird aber nicht mehr ungefiltert aufgenommen. Das Kind lernt durch Empfindungen. Es gibt Platz für Gewohnheiten, das Gewissen, Gedächtnis und Temperament. Das Kind ist in dieser Phase sehr neugierig und wissbegierig. Kinder wollen sich auf eine andere und bewusstere Art ihrer Umwelt nähern. Das dritte Jahr siebt umfasst die Zeit von 14 bis 21. Das Kind, der Jugendliche, entwickelt ein neues Verhältnis zur Umwelt und Umgebung. Aus diesem Wissen wird langsam die Einsicht. Das Kind, der Jugendliche, sieht die Welt als wahr an und entwickelt Urteile und Bewertungen. Diese sind zu Beginn noch häufig sehr einseitig. Die Entwicklung bildet sich aber weiter aus. Häufig in schnellen Schritten, die das Kind den Jugendlichen häufig noch verunsichern. Bewusstseinsimpulse, eine kritische Distanz, die Meinung anderer und die eigenen Wünsche wechseln sich in großer Geschwindigkeit ab und können verunsichern. In diesen jeweiligen drei Jahr siebten gibt es besondere, spezielle Entwicklungsaufgaben für den Menschen. Diese Entwicklungsaufgaben durchläuft der Mensch laut der Waldorfpädagogik, um zu einer erwachsenen Person zu werden. Die pädagogische Fachkraft kann die Aufgaben der sogenannten Jahr siebte förderlich unterstützen und so zur Entwicklung des Menschen konstruktiv beitragen. Dabei wird zwischen dem Stellen von Grenzen und der Ermöglichung von Freiheiten abgeweckt. Es wird über das Warum von etwas gesprochen. Konflikte werden dabei als wichtig und teilweise notwendig betrachtet. Erst durch diese lernen junge Menschen ihre eigene Meinung zu formulieren und auszubilden. Was will ich? Was denke ich? Warum will ich etwas? Erwachsene Personen sollten das grundlegende Interesse, die Neugierde und die Positivität des Menschen förderlich und authentisch begleiten. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft und der methodisch-didaktische Ansatz Wie schon erwähnt, ist der Grundgedanke, dass der Mensch hinsichtlich seiner Umwelt und Lebenswelt denken, fühlen und begreifen will. Um die Jahr siebte zu begleiten, die Grundgedanken zu berücksichtigen und dem Mensch zur Bildung zu verhelfen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten in der Waldorfpädagogik. Häufig sind Angebote und Projekte und Ansätze handwerklich und naturverbunden. In der Waldorfpädagogik wird fest davon ausgegangen, dass das Kind vor allem durch Nachahmung von Vorbildern lernt und nicht durch Belehrung oder Strafen. Es ist also super wichtig, dass die Erwachsenen sich ihrer Vorbildfunktion sehr bewusst sind. Der methodisch-didaktische Ansatz ist häufig lebenspraktisch und lebensnah geprägt. Kinder helfen Erwachsenen in alltäglichen Dingen. In diesen lernen sie die relevanten Dinge des Lebens. Sie sammeln Eindrücke und Erfahrungen. Gleichzeitig können so soziale Werte und Normen wie kommunikative Kompetenzen und Teamfähigkeit gefördert werden. Es gibt häufig eine Verknüpfung zwischen Natur, Lebenspraxis und Lerninhalten. Tragende Elemente sind also die Nachahmung, außerdem der Rhythmus, feste Rhythmen im Tagesablauf, Wochenablauf und Bezug zu den Jahreszeiten, die Wiederholung und die künstlerisch-musische Erziehung. Dazu zählt die Eurythmie. Zu Eurythmie zählt auch das häufig vorurteilsbehaftete Namentanzen. Die Eurythmie wird als anthroposophische Bewegkunst bezeichnet und dient der künstlerisch-musischen Erziehung und Bildung. Bei all diesen Punkten muss jedoch betont werden, dass die einzelnen Einrichtungen mit ihren Ansätzen und Konzepten sehr individuell sind und es kein einheitliches, starres Konzept gibt, welches sich in allen Waldorf-Einrichtungen wiederfindet. Es gibt zehn Ziele und Grundsätze. Dabei sollen folgende Punkte bei Menschen beachtet und gestärkt werden. Die Persönlichkeit, das Bewusstsein der eigenen Lebensideale, die sozialen Kompetenzen, die freie Urteilsfähigkeit, die Fantasie und Initiativkraft, die ganzheitliche Gesundheit, das Verantwortungsbewusstsein für sich und für andere, die Weltoffenheit, das Interesse an Fragen und Nöten dieser Zeit und die Team- und Kooperationsfähigkeit. Das pädagogische Konzept in Waldorf-Kindergärten wird freier gesehen als das Konzept in Waldorf-Schulen. Das Material und die Raumgestaltung Den Materialien und der Raumgestaltung wird in der Waldorf-Pädagogik eine besondere Bedeutung beigemessen. Rudolf Steiner war der festen Auffassung, dass sich die Umgebung und somit auch der Raum maßgeblich auf das Kind auswirkt. Daher müssen diese so konstruiert werden, dass sie das Kind in der Entwicklung unterstützen und fördern. Es wird auf die bauliche Ästhetik geachtet, beispielsweise auf Raumecken, Deckenhöhe und so weiter, und auf Licht, Farben und verwendete Baustoffe und Bauelemente. Häufig sind die Räume sehr naturverbunden gestaltet. Es werden also häufig Holz oder natürliche Stoffe verwendet. Auch die Spielmaterialien bestehen aus Naturmaterialien, wie beispielsweise Holz, Filz, Wolle und so weiter. Die Spielmaterialien sind oft ungegenständlich. Dem Kind soll nicht zu viel vorgefertigt und vorgegeben werden. Das Ziel dabei ist die Naturverbundenheit und die Förderung der Kreativität und Fantasie. Der Punkt wurde zwar schon einmal erwähnt, aber dennoch ist es wichtig, dies nochmal zu betonen. Wie auch in Regeleinrichtungen sind die Konzepte und tatsächlichen Umsetzungen von Einrichtung zu Einrichtung und von Personal zu Personal individuell und abhängig vom jeweiligen Standort. Dennoch hoffe ich, dass du durch dieses Video einen Einblick hinter die Idee der Waldorfpädagogik gewinnen konntest. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal 3. 3. 7. 7. 10. 11.